So Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Steed of Decay 2 zusammen mit Mit wen, mit wen haben wir? Mit den lieben Mitch Yeah, beziehungsweise Micha Ja, mich hat der zweite Warte, steck ein Hast du markiert? Wohin denn? Wir wollten doch hier Dingsform gehen Ja, wir müssen irgendwie, also erstmal hier auf so einen Turm Oh, es ist was installiert, warte Lass uns kurz die Monster killen Ey, ich wollte den umbringen Jetzt habe ich 20 Einfluss extra bekommen Jetzt kommen die ganze Kriege, ja Äh, sieht das eklig aus Jetzt haben wir schon viele Munition verbraucht, aber egal Soll ich mit Sirene oder ohne? Wie du willst Atem in den Urlaub Hey, 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 hey Kannst du nicht so rumschreien? Man hört dich richtig laut Nicht so laut Ja Hallo Ja, reicht so Außer man hört dich ein bisschen noch Oh, hier ist ein Auto Wollen wir mitnehmen? Also das ist unser Auto Auch als Autosymbol uns angezeigt Ja, ich fahr weiter Können wir nochmal hier anhalten dann In den Urlaub Ach, scheiße Ey, kann ich mir fahren? Ich hab dich ja gewarnt Ah Ja Sieht doch lustig aus Wie ich vor mir, gell? So Die Leute müssen ja auch mal lachen Verstehst du? Achso, das wäre hier Oh Darf ich das machen? Scheiße, ich geh auf dich Ich wollte eigentlich einen anderen Turm markieren Hilfe! Oh, okay Der ist aber auch okay Hä? Ich kann nicht wechseln Weil meine Waffe ist kaputt Ja, die gehen kaputt Hast du noch eine? Ja Aber die ist kaputt Dann wechsel Dann wechsel die Waffe Oder reparieren Aber reparieren kannst du, glaube ich, nur in der Werkstatt Och, nee Hilfe! Oh, da ist Strom Ich brauch Hilfe Warte, ich komm gleich Ich muss noch alles markieren Ist da oben Kann ich die einnehmen? Jetzt hab ich alles Soll ich die einnehmen? Was? Na hier, das hier Nee Wir müssen sammeln Wir brauchen Strom Achso, okay Lass zurück Vorn, bitte Tschüss Hallo So Spaß zu fahren So rum Achso, du musst links hoch Wenn es irgendwie geht Ja, hier vielleicht Nee Dann müssen wir hier alle hoch Rennen Kurz hoch gehen Ey, ja Das hier ist Nein, fahr doch weiter Vielleicht kommst du noch hoch Warte Hier Hab ich doch gut ausgewählt oder nicht? Sei mal dankbar Freunde Wir nehmen auch mal ein Video mit Peter auf Für drei Vielleicht Wenn er will Oder wenn er will, gell? Mhm Äh, was? Aber verdient Peter trotzdem Geld in Urlaub oder nicht? Mhm Ja Weißt, da verdient man auch trotzdem Geld Ich sag, da verdient man dann kein Geld erst mal Doch, da kriegt man trotzdem Geld Ah, das ist cool Darf ich bei euch arbeiten? Ja, kannst du mal Wie viel kriege ich dafür von euch? Äh, wir haben ungefähr so 20 Euro Stundenlohn Ey, warum so wenig, hallo? 25 Nee, so viel ist nicht Ach, komm, dir wohl zu wenig im Urlaub 21 pro Stunde oder wie? 20 noch was 20,50 2500 3500? Nee Soll ich Generator auftanken? Ähm Hab's gemacht Zu spät War zu spät, bevor du was sagt hast Stell mal hier Dings her Stell mal her Was wir brauchen? Hier Diesen Toolkit für Autos Kann ich ja nicht Haben wir Strom jetzt? Hast du gemacht? Ja, ja, ja Achso Ah, dann geht's Das hab ich's ja gerade gemacht Was brauchen wir denn für eins? Welchen wollen wir denn aufwerten? Warte, da muss ich gucken Ja, guck du Wir haben ja nichts Den hier, der kaputt ist am besten Ja Hol mal am besten mehrere Bis wir gleichzeitig Will ich erst den können Aber scheiße, das kostet so viel Material Sag mir mal, was ich für eins brauche Für den, der da kaputt ist Ich kann das nicht sehen Moment Warte, 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 warte Ich kann nicht mehr Warte mal kurz Durch Ein mittleres oder ein schweres? Lassen wir mal Mal Ich würde schweres Schweres sagen Schweres Brauchen wir Ja? Ja Ich hab geguckt Kannst mir vertrauen Okay Und wie kann ich jetzt die Waffe erstellen? Also wir würden ganz machen So, okay Die Waffe dann unten reparieren Steht reparieren, glaub ich C oder was da steht Du musst auf die Waffe gehen Also leg die ins Schließfahre Ne, brauchst du nicht mal Einfach nur auf die Waffe gehen Und dann reparieren Warte, auf I Das steht da unten irgendwo Ja, genau I Und dann Ich glaub C oder was Entladen Es ablegen Abwerfen Achso Warte, unterstützt Irgendwo steht da Reparieren Hier steht Warte Hier, guck mal Kannst du's für mich machen? Kann ich nicht reparieren Wo willst du denn? Hier Muss du mir geben Warte Ich hab zu blöd Denen Gewoff Warte Warte Ich komme mal Aber wieso kannst du die nicht reparieren? Äh, guck du mal wahrscheinlich Dann gib mir die Dann leg die hier auf dem Büro Und ich repariere die Hast du schweres Stichdings gekauft? Also guck mal Auch schweres hier Tuck Vielleicht musst du sie also Hier reinlegen Ja, guck her Leg sie mal rein Ich guck mal Ja Aber gib sie mir auch wieder Ja, mit C Ja, dann kannst du sie reparieren Okay Also muss ich dann C, das kostet Nix 50er Ach, scheiße Okay, ist repariert Ja, gib mal schweres Duckkit Ja Und Und Hier ist deine Waffe Ja Und hier ist Dings Oh, ich hab's gesehen Jetzt mach mal den Wagen Ich will mal sehen, wie er aussieht denn Hä? Warte Ich weiß, warum ich mich nicht aufheben kann Warte kurz Wegen der Waffe Sag ich doch Bist du gespannt? Ja Soll ich Hey Guck mal, wie jetzt aussieht Er ist ganz Und sieht aus wie so ein richtig cooler Aber warte Hier brauchen wir noch ein Duckkit Hier, guck Hier, guck Komm mal her Hier, wenn die hier Das will ich noch ganz machen Ist doch ganz Duckkit Ihr benötigt Steht hier Hier hinten drin Im Kofferraum So, was? Toll Aber Toolkit ist nicht nötig Weil der ist ganz Hier steht Toolkit Warte Ja Ja, das ist aber rot Kannst du gar nicht benutzen Tu mal in den Kofferraum Ich wüsste, was er aussieht Der ist ganz Da ist nagelneu Ja Da tun wir hier hinten mal lieber rein Als wir es brauchen Juhu, jetzt können wir endlich mal mit denen fahren Kommst du? Lass Was Materialien suchen Okay, Materialien Jetzt haben wir ein bisschen was markiert Warte mal Also wir müssen eigentlich hier welche finden Ich hab mal markiert Ne, hier finden wir auch schon welche Ich hab markiert Wir wollten noch Strom machen Wir wollten was sammeln Vielleicht kriegen wir auch hier schon welche Fahr mal hier hin Ich hab schon hier gleich in der Nähe markiert Achtung Ja, du brauchst ja mehr Einfluss Wir können keinen Strom einnehmen Okay Hä, einen Strom einnehmen kann ich Also kann ich da vorne Warte Hier, ja, hier können wir gucken Vielleicht finden wir hier irgendwo was Hier in den ganzen Häusern Wir müssen hier alles durchsuchen Warte Oh, da kommen sie schon alle Die eine Warte, kann ich Das könnte ich hier einnehmen dann In Not Oh Danke für deine Hilfe Ich glaub, bist du selber beschäftigt Ja Ach so, kann ich doch nichts wissen Sorry Ich glaub, bin ich dumm Als ich mir die Frage beantworten Ob ich dumm bin Wieso denn? Nur so Ich will ja nur ein Ja oder Nein Nö Boah, wolltest du ja sagen, hallo Oh, nein Hier ist nichts Nein, du musst die alle durchsuchen Hier ist ja gar nichts Es ist nichts passiert Hier ist kein Strom Ich rede mal mit ihnen Die Tür will nicht Sander ist vermichtet Hier ist irgendwie Müssen wir hier was finden Doch nicht Hier ist doch irgendwas Pass auf Ach, die Mission können wir vergessen Oder sucht Du mal was Vielleicht für nichts Ist ja gar nichts Hier könnten welche sein Hier Materialien Vielleicht hier Hast du hier schon geguckt? Warte Das ist noch nichts Ich brauche Ich brauche Schlaf Mein Graf Hier ist nichts Wollen wir jetzt zurückfahren Oder wird es hier weiter looten? Nö Hier ist ja nichts Nö Aber so Ich suche das rote Farmhaus Hä? Wo ist das? Such mal mit Oder? Ah, hier habe ich es vergessen Zu durchsuchen Da sind wir gerade Ich hab's gefunden Achtung, pass auf Zombies Ich kann gleich durchkommen Pass auf, geh weg Ich schieße noch einmal drauf Hast du es gesehen? Mhm Da ist es zum Äh, die Aufgabe machen Ich gehe zum Auto Und ich fahre hier Wir fahren dann zum nächsten Ja, ist aber Ist gleich da vorne Ja und? Bitte Oder markiere mal den nächsten Einfluss Äh, nicht Einfluss Dings Materialien Muss sein könnten Materialien Hier könnten welche sein Wir können ja da machen Wenn wir wieder zurückfahren Verstehst du? Ne, da ist solch ein Herz Oder? Ja Hier? Ne Ja, hier ist dann Wo soll ich mehr Oh, raus, raus, raus Soll ich die solche Beute mitnehmen? Hier ist aber keins Achtung Achtung Ach, Zocke Doch vielleicht ist es bei mir was Ja, bei mir Immer nur bei mir, okay Das ist unfair Ich habe ein Benzin Oh, guck mal Oh, guck mal jetzt ein Ich steig schon mal ein Hast du es gesehen? Hm? Wir brauchen mehr Säcke Ja, los Ja, los Dann markiere noch ein Hier oben Fahr die Straße Aber der gibt echt gummi Achtung Achtung Er waren wir nicht hier schon Ne Das ist echt gut Kaukelig Okay Ich habe Benzin gefunden Auch gut für uns Wodka habe ich gefunden Wodka 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 Ich habe es gefunden Ich habe nochmal Lebensmittelsack gefunden Ja, bringst ins Auto Und dann weiter suchen Hier Hier müssen auch Materialien sein Hier findest du wahrscheinlich welche Hier wo ich bin Hier wo ich bin Du kannst ein Zombie kill Die fixen Hier drinnen In dem Schuppen hier Was war deine Aufgabe? Ihr Trenner Okay Der spawnt hier wieder neu Soll ich die Munition trotzdem mitnehmen? Wie ich finde? Ja, Munitionssack oder? Nee, hier eine andere Munition für Waffe Ich habe noch was gefunden Ah, Hilfe Hilfe Du lässt mich im Stich Hallo Hä, was ist das? Könnte man gebrauchen Match Ich habe noch mal einen Sack gefunden Damit So, immer rein damit Wodka Verstanden Ach so, der hat jetzt mehr Platz Ah, okay, cool Nein, da rein findest alles rein Okay Ja Ist hinten auch was für mich? Ja Noch mehr Säcke Du Sack Benzin habe ich schon wieder gefunden Ich habe schon wieder Sack gefunden Ich habe schon wieder Säcke gefunden Sehr gut Jackson Packt die alle ins Auto Ja, mache ich auch Gänzt, ich bin blöd? Hallo? Willst du damit sagen, dass ich blöd bin? Hä? Aber Jetzt kommt das große Aber, Freunde Guck mal in den Kofferraum, bitte Ist im Haus noch was? Ist im Haus noch was oder nicht? Für dich auf jeden Fall Kannst du mir ja mal leuchten Lass mal zurückfahren am besten, okay? Ja, da siehst du Hast du ein paar Säcke gefunden jetzt Von den Dingern Ich meine, das ist gerade durch Fenster gesprochen Du hast die anderen Säcke Die sind alle hier drin Alles hier Tüte mit Warte, lass zurückfahren, bitte Dann nehme ich dich nicht mit Hilfe! Wir waren zu auffällig Ich wollte schon lange zurückfahren Warte Hättest du bloß auf mich gehört? Hehehe Da fahren wir auch gleich hier nochmal dahin Stimmt's? Mach doch Licht an Achso Ja Mach immer das Licht automatisch an Ah, hier ist der Kann ich abgeben, oder? Hörst du Ne, mach mal Oder? Ich bin brav in den Kofferraum sitzt Ey Gitte schön, da sitzt, gell? Du musst mit mir mitkommen, oder so Oh Ja, wie soll ich denn mit ihm sprechen? Boah Wenn wir was bekommen von ihm, dann schieße ich ihn Treffen muss auch mal lernen Begleiter Da sollst du irgendwo hinfahren Äh, da ist drin Okay Warte, lass das mal wegfahren von Zombie-Rode Wohin soll der denn auch hier oben? Ich hab's markiert Ich seh's Ich hab's gesehen Heute machen wir viele Missionen heute Das war der fetter Sack Hast du es gesehen? Hm Boah Glück ab Ja Müssen ihm helfen Kann man auch in echt Geld damit verdienen? Hier ist der Los Wir müssen die Zombies töten Oder? Die Zombies töten und dann da rein Lauto ist der Stark dafür ausgelegt Dann klattert ihr nicht durch ihn Alle Alle durch looten Ich wollte ihn einen auch unterbringen Warum schließt ihr nicht die Türen? Ah Ich kann auch durch ein Fenster klettern Oh Bitch Ich komme heute echt gut weit Ja Hey Peter Oh, ich hab einen Sack gefunden Sind doch mein Rücken alles klar? Ja Oder was ist da los? Alles gut Alles gut Oh 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 Ich hab schon wieder einen Sack gefunden Ich hab den Sack gefunden Ich rohle Hast du gehört? Wir haben keinen Platz mehr im Auto Wir müssen jetzt dann was wegschmeißen Oh 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 Ey Warte Hey Nicht rum Kannst du die Säcke hier aufheben? Mit Die hier? Ja Ja Warte Hier die hier Ob du die aufheben kannst Wieso die da liegen? Kleine Säcke hier? Ja Ne Ich kann auch nichts mehr nehmen Oh scheiße Ich glaube ich hab das doch hingeschmissen Hier die Tasse auch Ja Ja Wir haben keinen Platz mehr Im Auto Hätten lieber zwei fahren müssen Ja Bis wir doch zum nächsten Mal Ich Ich nehm die unwichtig Wollen wir zurückfahren? Mann Ich kann hier nichts mehr nehmen Wie viel Außenposten hast denn du frei? Wie meinst du das? Noch ein? Ein oder zwei? Ein Okay Auf Pass doch mal auf Mitch Hab ihn geteilt Mag ich hier mal die Base? Hast du? Ja Rechts Warte ich würde die Zombies bichten umfahren Verstehst du? Warte ich hier links Jetzt links Warte Wir fahren einfach hier lang Okay Danke Du hättest doch da rechts durchfahren können Ah ja Wo geht's doch auch Oh nein Was ist passiert? Momentlich nichts Schlimmes Ist hier irgendwo noch hier Noch ein Sack? Wir können nichts mehr tragen Also ich meinte Ob hier noch Munition Äh Irgendes Wie heißen die Munition Nee Nicht Munition Ähm Ich weiß doch wie sie heißen Äh Was wo ich doch Beton sage Weißt du was ich meine? Ja Material heißt es einfach Material Parkiert einmal Dann Hättest es die Falz Nee Ist das schon die Richter? Naja Ich hab zu weit zurückgefahren Habe ich gut gerübt? Ich hab 823 Einfluss War gut Brauch noch mehr Aber warte Ich sollte doch was herstellen Habe ich auch gemacht Was du gesagt hast Warte wir wollten noch was herstellen Bei wer ist die? Oh nein Hier ist was passiert Hier gab's Krieg Was denn? Hier Die Werkstatt ist kaputt Die Werkstatt ist kaputt Ja Komm 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 Kommst du? Ja Komm Wo denn? Hier guck Hinten Ganz hinten Wo das sagt Hast du Sinn Soll ich sie bauen Hier guck mal hier Die Werkstatt an Hier guck Ja der baut die noch Nee Das ist jetzt eher Ich hab Ich lasse ganz machen So Und was war das Vorne? Achso Uns fehlt Wasser Können wir Strom einnehmen? Oder geht's noch nicht? Das hier kannst du glaube ich Auch reparieren Ja Hier hinten Oh Dieses Grillplatz hier Ey was ist da passiert Hier kannst du reparieren Hier gibt's Schisser Hier gibt's Schisser Ich hab's gehört Kommt her Ihr Fettsack Oder ist hier wieder Ruhe Captain Was sagt dir Ausblick Aussichtsturm Joa Alles okay Okay Kannst du Materialien Hier gucken Ich bin der Captain Also Ey Übeste seitlich sagen Haben Nicht du Was sagt dir Aussichtsturm Alles gut Captain Uns fehlt Strom Wir müssen Strom einnehmen Sofort Kommt Lass fahren Lass fahren Lass fahren Markier Strom Wir haben keinen Einfluss Das reicht doch nicht Wie viel brauchen wir 2000 Ach du Scheiße Als Einfluss Eher Materialien Finden Komm komm Wir müssen los Brauchst du hier den Handelsslot Was Handelsslot Ja Oder was Ist er Ja genau Oder Warte Handelsslot Ja ja Weil du bist ja Händler Handelsslot Können wir fahren Ja Warte Hast du genug Metmonition Wo willst du hin Na hier haben wir Materialien Finden Sorry Kommst du Im Auto Achso Bist schon Parkierst du Ich drück Die Handbremse Aber Ja Ja Das ist Bisschen Zu schnell Hast du Markiert Nee Naja Wo könnten wir Denn jetzt Boah Wo könnten wir Denn noch Was finden Was Rival Vielleicht Hier Ich hab's Markiert Okay Kann ich fahren Ja Kannst du mich navigieren Gleich Gleich Aber Ich glaube Wir müssen die Aufnahme Habe ich gerade Glück Ich hab die Zombies Nicht mal gesehen Aber ich war trotzdem Ja Cool oder Keine Frage Kann ich gleich die Aufnahme Neustarten schnell Weil wir zusammen Nebeneinander stehen Oder nicht Doch Boah alter Das Auto Hat's gerade so Geschlafft Warte Bin da Hm Ist jetzt noch Tonne Blei Ja Materialien kann Hier Treib Ja Wahrscheinlich Kann ich die Tür Schließen Ich hab Materialien gefunden Ich bin verseucht Ich bin Ich bin Hunger Mit Ey, ja, der eine ist zurückgefallen, hast du es gesehen? Es war ja schlossweit lustig Achtung, Krabler Habe ich richtig gehört? Habe ich Das war seine Aufgabe Lass doch die solchen Beutel einsammeln Hau mir mal und ich Scheiße, jetzt geht es los Oh Mann, der Tanz beginnt Ja Ich komme auf dem Auto Ich habe gerade gesprungen Habe ich das gut gemacht? Ah, scheiße, scheiße Lass mich drauf, bitte Wo kommen die denn alle her? Aus dem Dorf Ich habe jemanden in die Kick in die Eier Gesehen Steige ein Müsse wie möglich raus Steige ein Steige ein Scheiße auf die solchen Beute Was, ich nehme mich alle mit Okay Los, komm Es kommen wieder welche Nein Markiert die Base am besten So schnell wie möglich Wir fahren sie weg Wir fahren weg Oder markiert nochmal hier Ich habe da noch einen hier Dings Mull, äh, Materialien Hier habe ich Markiert Okay, warte Ich fahrst du erst mal gucken Nein Ähm Sieht das gut aus? Der Wahre ist kaputt Noch nicht Vergleich Er ist ausgerutscht beim Laufen Der Wahre ist kaputt mit das weiterfahren am besten hier nichts so schnell wie möglich als ablenkung okay die base was markiert ja nur der fahrer hier ist die base links meint rechts nicht links autobrennen wir müssen es doch mal ganz machen wir haben es endlich geschaut so 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 ich brauche ein toolkit der autoreparierung ja ich habe eins glaube ich sieht viel besser aus naja ich bin ich bin erst mal die aufnahme ok so freunde das war es mit einem mit aufnahme wir sehen uns gleich wieder in dem klang noch eine folge also bis gleich liebe ihr lieben also bis gleich bye bye oh 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 oh